Hallo und willkommen bei Hartverrat. Es gibt wieder eine Verlosung, und zwar das Fractal Core 3300-Gehäuse. Mitmachen geht wie immer, auf den Link in der Beschreibung klicken, dort Vor- und Nachname und E-Mail-Adresse angeben, Daten absenden und schon seid ihr fürs Gewinnspiel registriert. Wer sich doppelt anmeldet, wird disqualifiziert. Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt und in zensierter Form auf meiner Facebook-Seite bekannt gegeben. Der Link zu meiner Seite auch in der Beschreibung. Von dem Gehäuse habe ich ja ein Review gemacht, dazu gibt es auch den Link in der Beschreibung. Das Gewinnspiel endet nächsten Freitag am 25.09. um 24 Uhr. Und von dem Gehäuse habe ich ja auch ein Review gemacht, Link zu dem Review in der Videobeschreibung. Dann bis zum nächsten Video.